Wir sind ja recht viel am Weg, oder? Und in der ganzen Zeit, wo wir am Weg sind, treffen wir die verschiedensten Leute. Also verschiedenste Landsleut und hin und her und auf und nieder. Und das bleibt natürlich hängen. Und jetzt probieren wir, das ist auch eine reine Parodie, jetzt bitte in die Ernst nehmen, probieren wir, in mehreren Sprachen und Landstypen, den Abhilf zu gestalten, wie das funktioniert, wie wir das haben. Jetzt fangen wir in die Ruhe an. Graf, wie der Schnee geht, will ich auch nicht heuer. Kein Feuer, ich bin brutal einfach. Furchtbar, furchtbar. Ur anstrengend. Es ist urnaß. Und ich wollte das nie auf den Berg mit dem Rad drauf zu fahren. Gefällt mir überhaupt nicht. Hey Junge, lecker Schnee, Junge. Wir in der Niederlande haben keine Schnee, Junge. Junge. Ach nee. Die bei Freeride Inc. die machen ja immer so Turmbeschreibungen, da haben wir ja überhaupt in GPX-3 keinen Schnee drauf. Ich verstehe das nicht. Eben wo wird ihr hier nicht. So wird mir in Kärntnagler bleiben können. Überall gefahren ist Wasser. Alles los da. Da kann man in Kärntn unten Rad fahren. Da haben wir es auch viel schöner, wie der Hund bei in Tirol oben da hoch. We really love Snowbiking. We really love Snowbiking. Perfect. Yeah, ride it. Bro, Bro, Double, Double, Bro. Ja nee, ich bin Berliner. Ich fahr normalen Benz, aber heute machen wir mit Rad drauf. Das macht ja auch Spaß da. Ganz okay, nicht? Für aus dem Stehgreif nicht so übel, oder? Was sagst du hier? Schreibt mal in die Kommentare, welcher Landsmann quasi darstellen sollte. Also quasi Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und dann lösen wir auf, ob jemand mit allen richtig liegt. Ja. Und ob wir zu viel Zeit haben am Berg? Hmmm. Bei was? Wir haben es aber gesagt, ob wir zu viel Zeit haben, ob wir sich anziehen, knackert, das Gewand auf den Haufen legen, das Gewand aufpassen. Ist jetzt die Frage, da haben wir jetzt nicht, also haben wir nicht zu viel Zeit. Oh, ey. Was ist jetzt? Ich habe ein bisschen Linsen. Jetzt komm her da. Ja, da ist schon. Ja, bei uns geht es auf jeden Fall zu weit rauf. Und wir widmen uns dann wirklich Bello. Ein Radvoll. Die werden so mag nur mich. Ja, ja, klar. Die hat Angst von mir.